ok das erste daily quest leider der traum des jungen schauen wir mal keine ahnung was uns hier erwartet kein plan 217 mokoko samen ist noch nicht viel aber 200 mokoko samen sind 200 mokoko samen warte mal hier haben wir doch auch wir gucken gleich mal ob das verpackt ist weil hier nämlich auch die möglichkeit hier habe ich auch die möglichkeit den ganzen zu bekommen dieses eine lied aber erst mal hier insekten von zehn stück an der zahl und das ist ein daily tatsächlich nehmann mit dadurch verpassen wir zwar oben das event aber mein gott müssen noch sechs chaos dungeons machen für den weekly ne so wir gehen gleich mal kurz einen kleinen abstecher machen hier auf dieses geheime eingangs ding ich weiß nicht ob ich da schon rein darf warum eines jungen daily abgeschlossen leute